Hallo und herzlich willkommen zu noch einer Folge von GTA Online. Wir treten hier freier Fall bei und ja, was ist das hier? Motorräder schon wieder? Alter, schon wieder Motorräder. Ja, macht doch nichts. Na gut. Aber freier Fall ist richtig, richtig geil zum Fahren. Ich bin mal gespannt. Ja, mal schauen, was die Karte hier bringt. Ich finde sie richtig, richtig geil. Das kann ich dir schon mal sagen. Okay. Also Hallo erstmal. Ja, genau. Hi. Ja, hallo, hallo. Ich habe ja Hallo gesagt, von daher. Nicht vergessen, die Fans zu grüßen. So, jetzt heißt es aber, jetzt will ich mal gewinnen hier. Wettet ihr? Natürlich, immer 2,5. Ich meine, wir haben Kohle zum Scheißen. Na ja, nicht ich, aber... Du nicht. Ja, übrigens Leute, ihr könnt mal kommentieren. Soll ich so eine Money Lobby mal besuchen und mir Geld schenken lassen? Die gibt es, glaube ich. Ich glaube, die gibt es nicht. Oder findet ihr das besser, wenn man lieber sich das Geld hart erarbeitet? Also nicht so wie Neo. Oder wie Miss Lady, klar. Nee, lass mich doch. Alle schoffen Turbostab gesoffen. Deine Tussle braucht nur Klamotten, ja? Hehehe. Oh, das war... Das war jetzt abgelenkt. Nee, nicht. Ich habe sie abgelenkt. Snake wollte unbedingt überholen. Wow. Ihr schubst ja alle, Mensch. Ich denke nicht. What the fuck? Du Lodger, Alter. Du bist einfach nur ein Lodger. Piep, der mich angeht. Ja, die wird... Das sind auch nicht so. Du zu langsam warst. Das muss ich gehen. Ja, der Dx, der mich rankt. Nee. What the fuck? Du lieb? Hahaha. Das war der Lodger, Alter. Geil. Okay, ich muss also an die... ...harten Geschütze. Hey, äh, äh. Da. Ja, das geht doch nicht so. Ja, spring mal ins Kreuz. Das geht doch nicht so. Was hast du an deinem Motor gemacht? Nee, ich hatte sie gerade eingebaut und ich auch. Ich kam durch. Ich bin egal. Oh, Mann. Aber ich bin schon hinterher, Luis. Also, beeil dich. Ich hole mein Bestes. Ja, genau. What the fuck? Wer war dieser Lodger? Wer ist Gerardus weitergefahren? Sneak. Alles Lodger bei dir, wa? Ja. Lodger, Lodger, Lodger. Schön zu wissen, dass die alle lutschen. Mann, was Nubisch hier rum, ey. Letztens alles gewonnen beim Let's Play. Schon wieder. Oh, hier nichts. Okay, jetzt geht's los. Wohohohoho. Aber er hat er noch nicht hier. War mal. Also, wir finden die Strecke rein. Voll geil. Wenn du mal nicht mit wogegen rennst. Baum? Ja. Ich hab'n Baum. Also fährst du nicht. Tunnel. Gleich mal über'n Tunnel, ne? Und Baum. Ob ich die noch einbauele? Bye bye. Klopft nicht. Weil die sind schon wieder auf der Krasse. Dann ist man so viel flott im Ziel. Na, wenn ich kein Umbau baue? Mit Autos. Das ist ja richtig geil. Hat sie mal gegehen, aber es wurde leider gepatcht. Wo? Ja, das sind zwei Rundeln, ne? Ah, ja. Ja, Mann, ja. Geil. Hey, woher können wir denn? Ja, das ist Snake, glaub ich, oder? Ja. Wo kommt er denn? Dass ich da was kommen sehen. Der ist gut. Ja. Aber hackt er? Hekt er? Er ist ja voll wahrscheinlich hackt. Bis auf Level, hackt er, glaube ich, nichts. Level und gelb. Ja. Aber ganz ehrlich, Level, hey. Das tut voll ins Spiel Spaß, oder? Ja. Also schneller leveln ist gar kein Problem, aber so schnell wieder auf. Man vergeht ja nicht Spaß daran. Das war aber eine gute Entscheidung, dass du hier zwei Runde gewinnen musst. Ja, nee. Kann er auch noch. Letztes Mal über eine Runde unternehmen. Ich hab' ich gewonnen. Ja. Kann er nicht noch einen Unfall bauen? Ist das denn Neonatore? Neon. Ja. Ja. Ja, hier ist ein Scheißvergaben. WTF? Der flucht aber auch. Ja. Da haben wir auch kaputt. Ja. Das hab' sogar ich gehört hier. Ja. Ja. Wie der Erster? Pass ich nicht, ey. Oh, der ist über mich nicht weg. Ich muss nicht angehen. Alter Vater, das hat doch nicht Spaß. Ja, komm. Mit mir reinfasst kann ich nichts dafür. Ich bin gestorben. Ich bin dritter. Ich hätte dich überholt. Das ist so kacke, ey. Ja. Die Strecken, die der Neo aussieht, sind immer kacke. Nein. Die Strecke ist geil, oder? Ich hatte streitenden Brüder mit ihm. Das sind Köpfen getrogen, muss man sagen. Jetzt wirklich jubeln. Ja. Soll er sich mal im Primer kufzen? Ja. Ich bin dritter. Wenigstens das, Alter. Wenigstens dritter. Ich meine, ich hätte mein Gesicht nicht mehr wahren können, wenn die jetzt gewonnen hätten. Leute, ihr seid so kacke. Also echt. Ich hatte den ersten Platz. Schau, wie kacke er aussieht. Ich bin von erster auf vierter geworden, ne? Hä? Was ist das denn für ein Typ? Mann, jetzt mach doch mal Headset an mit kleinen Spacken. Ja, wir sind keine Spacken. Ja, hab ich mir auch grad gedacht. Was soll der kacke? Wenn man Let's Playt, kann man nun mal das Headset nicht an der Playsy ran machen. Ach so, dieses Rennen gefällt ihm, okay. Ja, er hat's ja auch gewonnen, ne? Äh, ja. Wie alt ist er denn? Zwölf? Nee, neun. Nee, ich glaub so 18. Oh. Nein, das glaub ich nicht. Das glaub ich nicht. Aber was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Äh, aktualisieren. Ich will LS-Forum machen. Warum grad LS-Forum? Weil ich da... Drift-König, okay. Meine Strecke wieder. Nein, nein, nein. Oh, doch. Doch, doch. Da fahr ich immer gegen die Wand. Mensch. Menno. Fahrt. Aber dann nehmen wir nicht alle die gleichen Karren. Jeder nimmt die Karren mit der er besser fahren kann, ja? Okay, und? Und... Es wird anständig gefahren. Okay, oder? Wenigstens unter uns, ja? Ja, okay. Wie letztes Mal, Neo. Ja. Mäuschen, bist du raus? Wir verdarrten. Keine Ahnung. Sein Mundfleisch. Mäuschen. Mäuschen, bist du raus? So. Sportler. Äh, ich bin nicht Host. Snake ist Host. Ist klar. Jetzt macht er eigene Fahrzeuge. Komm, was macht denn der da für ein Kack hier? Ja. Okay, ja. Aus. Fahre aus. Eigene Fahrzeuge ein. Aufholen ein. Sehr interessant, was der hier so umstellt, ne? Ja. Muscle Cars. Glück habe ich einen Muscle Car hier. Ja, ich aber nicht. Tja, Nachteil für dich. So, äh, ich würde mal sagen, für unsere Let's Player. Ja. Ihr zwei rammt den jetzt so derbe und, äh, ja, wir versuchen es, dass ich gewinne. Ich kann aber nicht meine Fahrzeuge nicht. Ja, welches ist denn jetzt das beste Fahrzeug? Ich nehme grad Dominator. Dominator? Okay, ich nehme den. Die sieht voll fett aus, ey. Deine Wette 2-5. Geht das klar, dass ihr den derbe, äh, rammt und ich gewinne? Macht der mit? Ich versuch es. Nein, nein. Dann ist es nicht wert, mit einem Level 7 eigene Fahrzeuge zu machen. Komm. Das machen wir so. Also, ihn rammt. Ja. What? Fuck me. What? Der hat mich einfach aus dem Deckelruint hier. Egal. Der ist ein Rutscher. Ich weiß es hier schon. Achtung, sorry. Das war ich. Ja, ich... Die Schuhe. Aua. Ich habe ihn ein bisschen gerammt. Allein und unten. Okay. Wir werden jetzt... Wow, ich bin die Beste. Ja. Schluss. Oh ja. So, und jetzt haltet ihn einfach nur die ganze Zeit hinten. Bemühen uns. Wenn er sich das Let's Play anschaut, er wird so flucheln. Ja. Wir halt nicht richtig zocken. Wenn er vorbei will, stellt euch auf der Seite. Und wenn der vorbei will... Wow! Naja, ich sehe ihn. Er ist vorbei. Oh Gott. Er holt mich jetzt. Ist er vorbei? Ja. Ah, den muss ich mal wieder kommen. Also, ich muss mich erst noch ein bisschen erholen hier, ne? Auf Schreck. Ja, klar. Also, du legst dich jetzt ein bisschen, so... Und so, ähm... Sortstudio und so, oder holst dich ein bisschen. Ja. Deswegen heißt die Strecke auch Driftkönig. Ja. Und so. Und so. Ich weiß, und ich mag es nicht so. Weil ich immer unter die LKWs hier... ...liege. Ne? Mhm. Ähm... Ist er erst da? Ich bin der Erste. Delta ist da. Ja, Delta ist der Erste. Also, das dauert noch bei mir. Ich glaube, ich muss es noch schaffen. Okay, ich habe mich anscheinend, äh, zu früh geärgert. Anscheinend kann man auch mit ungetunten Karren... ...digitunten Karren, ähm... ...erschlagen. Aber er ist schon hinter mir. Äh, er ist auf der gleiche gerade. Also, ein paar habe ich schon. Das dürfte nicht sein. Ja, das bin ich. Ich fang auch nicht ganz gut. Achtung, da liegen ein paar Reifen, ne? Ja... Letzte Burge? Nein, die letzte... Letzte Burge, Leute. Letzte Burge hier. Ey, liebe Soldaten! Ja, das muss ich mal voren. Junge, 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 habe ich gewonnen. Ja, ein Danke an Neo und Miss Ladykiller, die den Snake gerammt haben. Und, Snake... ...man legt sich nicht mit Let's Play Force an. Alter, was baue ich hier nur für Scheiße? Kann gar nicht mit dem Dominator mehr fahren. Das war mal das erste Mal, was ich mir getötet habe. Sollte ich eigentlich in- und auswendig kennen, die Karre, oder? Eigentlich schon. Ich habe ihn voll gerammt wieder. Voll reingefahren. Tja, das schaffst du nur du. Ja! Ich habe ein kleines Talent dafür. Machen wir jetzt noch ein Rennen oder starten wir jetzt endlich mal ein bisschen... ...free to play? Ähm, was hältst du von noch ein Rennen und danach machen wir free to play? Betten, ihnen gefällt das nicht? Oh, doch! Krass! Obwohl wir ihn so gerammt haben. Ja. Vielleicht hat er Spaß, mach ich mal. So gefiel es ihm, gerammt werden. Wiederholung? Nein. In the pipeline. Was ist das? Vom Vespucci. 16 Geländemaschinefahrer. HS, 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 Headset, Headset, Headset. Oder Rennen am Pierre. Mit Boot. Boot oder... Nee, nee, nee. Aktualisierung. Okay, Aktualisierung. Na gut. Also, Schrott. Kleine Runde driften an den Docks. Achso, das ist Wiederholung. Okay. Ab durch die Mitte. Ähm, warte, ich guck hier noch. Pierre. Ne, hier. On the Rooks. Spiegelung. Ab durch die Mitte sind Rennen. Ja, sollen wir das? Ja, gern. Ohhhh. Er wollte für Kompaktwagen. Für Kompaktwagen? Und was ist Schrott und Knochen? Ähm, Überlebenskampf. Achso, nee, nee, nee. Hier, ab durch die Mitte. Komm. Hab hier ignorieren voll, ey. Ja, Junge, wir haben keine Zeit für Überlebenskampf. Ich mit meiner Pistole. Naja, da sammelst du schon bessere Waffen. Ja, aber trotzdem. Ja, aber mit Level 7 ein Überlebenskampf zu starten, das ist schon eher Selbstmordattentat. Da kann ich mich ja gleich mit, äh, so nicht quenken. Du relaxt gerade aufs ärgste herum nur so zur Info. Wat? Unmöglich. Ich höre euch ziemlich gut und man hört das Let's Play ziemlich gut. Ja, wir sind doch. Du relaxt aber wirklich, also. Ja. Müsst ihr das in der Aufnahme sagen? So. Ja. Die Leute werden's hören. Hören die auch? Nein. Nein. Ja. Ja. Na. 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 Ich bin doch nicht allangend. Na. noch nicht anlagen. Nein, nein. Du bist nicht mehr da. Oh, Mann. Okay, Leute. Ich will Beifahrer sein. Das Spiel hat sich schon wieder mal aufgehangen. Ey, was soll das? Und es liegt nicht an der Verbindung. Deswegen beenden wir das Let's Play. Und ja, ich würde mal sagen, bis nächstes Mal. Ich fahre mal mit deiner Schwester und ein Glänzerennen. Ja, bis nächstes Mal, Leute. Bye, bye. Bye. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja.